I went to the bank sound I went to the bank sound Tür! Mal mich jetzt. Ich sitze doch an meinem Vortrag für Operation Ton. Geh du! Ja, okay. Linus, das sind Friedag-Gold und Sportfreunde Stiller. Sag denen, ich kann echt nicht. Die sagen aber, die müssen dir dringend aufs Maul hauen. Ich schreibe jetzt erstmal den Text über Sexismus in der Popkultur. War ich da jetzt dafür oder dagegen? Naja, egal. Und pff, aufs Maul. In Hamburg nach Operation Ton vermöble ich erstmal Revolverheld. Alles zu seiner Zeit. Operation Ton. Schn windsball. Das ist mein Volk. Was glaube ich. Yes. Die tombe, das istbalanced.